Hände aufpassen! Franzi aufpassen! Franzi Beine, Franzi Beine! Schnell drauf und pass, pass, pass! Also was wird das denn hier? So geht das aber nicht! Komm Melissa! Los Köln! Da meinst du nichts aus, du, ja? Na, wir sind hier nicht so wie Köln! Los, Köln, den habt ihr! Wunderbar! Ja, ja, unterschied zu Franzi! Los, Melissa! Ja, gut, Melissa! Dankeschön! Wir, nicht auf den Gegner warten! Erf, dass sie hier nach vorne! Druck machen, ja? Ja, kommt was anderes! Franzi und Elina, sprecht euch besser ab! Franzi, täuscht nicht nur die Tests an! Ja, nicht, aber... Ich weiß nicht! Noch bin doch nicht hinterherfahren! Oh nein! Also ich hatte viel zu lachen, ja! Ja, ich auch! Franzi! Wenn du bald hier russisch fängst, ja? Nicht in die Seite drehen! Nach innen drehen mit uns, ja! Wo ist der Boll? Eine kurze D und dann bist du frei, ja? Aber richtig so! Auf geht's, werdet! Szene zeigen! Ja, ich wollte das nicht anfangen. Ja, ich bin ja so! Hallo! Ja, ich bin ja. Ja, ich bin ja auch. Mann, Mann! Mann, Mann! Ja, schön, Verena! Vor allem nicht zur Seite laufen! Stellt euch doch einfach in den Weg! Ich halte sowas nicht, ne? Ja... Ich weiß, was liegt nicht mehr. Ich weiß nicht. Elena ist... Franzi ist komplett unsicher. Elena rufen sie. Die stehen auf den Äußersten. Dann stellt sie. Wann ist das euer nächstes Spiel? Wir haben danach noch eins Pause und dann... Ja, ihr habt... Ja, ich spiel glaube ich jetzt in der Spiegel. Wir haben danach noch eins Pause. Dann machen wir uns warm. Also in dem machen wir uns warm. Haben wir denn schon halb Zeit gehabt? Nein! Das ist der Hund, der immer aufs Fenster ist. Mareike, deine! Mareike! Sofort! Gut, Melissa! Alle mit, alle mit, alle mit! Schnell! Schnell, sofort! Rock over, rock over! Schön, Mareike! Hilfe! Los, Melissa! Los, Melissa! Los, Melissa! Los, Melissa! Los, Melissa! Laura, richtig schieben jetzt, ja? Los, Melissa! Los, Melissa! Ich bring euch das nächste Mal so ein bisschen Darsch mit, damit ihr das so rüber... Es sind die Männer, das... Dann wachsen wir... Los, 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 Los! Los, Los, Los! Laura, du darfst schon mit dem... Los, 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 Los! Aber du kannst, du kannst auch auf dem Acker, du kannst keinem folgen. Also wenn einer sein will, macht es so vorbei. Das funktioniert. Weil du machst dann nämlich... Ja! Geh, richtig! Falls ihr euch erinnert... Laura! Ab tief zum Ball hin gehen, nicht wahr! Sagt ihr! Sie drücken! Sie stehen und gucken! Auf geht's! Okay? Bewege! Jetzt ist das Spiel! Lachen nicht mehr! Jetzt ist das Spiel! Jetzt ist das Spiel! Ich gucke! Auch mal aktiv auf den Dall zugehen, okay? Das ist ein super Film! Ja, toll, ne? Irgendwann ist die Kamera im Arsch. Ich sehe es schon. Hier, hierher! Ah, das ist es! Okay! So! 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 Da kommt sie! So! 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 Das zeigt mir mehr an! Nummer 8 ist Melissa. Das gibt's doch nicht, ja. Ja, ich hab gleich gemerkt! Ja, ich hab gleich gemerkt! Okay, jetzt ab, schießt, hör auf! Die Schöpfe aus! Na, die, raus! Die, raus! Die, raus! Die, raus! Schill! Mach vorne, nach vorne! Mach vorne, nach vorne! Mach vorne! Riemen! Zu Ferd, los! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Meine Fresse, 20.000 Mal verwirrt empfiehlen, ey. Lass mit Anlauben, rein da! Rein, rein! Eltern, lauf aus, denn hier ist alles frei! Aber jetzt hoffentlich, ne? Ja, ja, genau. Raus, rauf hinterher! Geh drüber, drüber! Lauf dann! Oh mein Gott! Wir lassen nicht in die Mitte bleiben! Ja! Richtig auch noch nicht, dass ich das machen! Ist ja ganz schön! Kannst du mal die kaufen? Ja, drei Erziele, drei Euro oder so! Das ist eine gute Stücke vor allem, oder? Dass wir uns heute Morgen aufgestanden sind! Warte! Na! 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 Ja! Das ist halt auch nicht so, ne?